Ich habe eine Taube erfahren. Oh, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Bei mir war es nur mal irgendwie so ein Kleinkind. Aber das war auch kurz wie so eine Straßenwelle auf der Autobahn. Einfach kurz gehuppelt und dann war ich auch vorbei. Ja. Was? Nein! Das war gelogen! Das war nicht wahr! Manchmal erzähle ich Dinge. Ich meine, was macht ihr auf der Autobahn? Ist ja kein Spielplatz. Da bin ich klar im Recht. Ich habe es schon nie gemacht.